Was macht der Andi schon wieder hier mit seinen Handschuhen? Heute Corona. Ich und mein Kumpel Jan Böhmermann. Das ist die alte Sendung von Ende November. Und ihr fragt euch bestimmt was ich mache mit diesen Handschuhen. Vielleicht kratze ich mich am Kopf oder am Bart oder an den Eiern. Und ich habe heute mal wieder was richtig leckeres zu rufen. Nämlich. Die Surf-Party. Ja, ihr denkt jetzt bestimmt, er ist total im Arsch. Aber stimmt ja. Aber hier kommt was vor. Und nämlich die Backe, diese Schaltplatte. Das ist total schön. Ist jetzt schon so ungefähr 40 Sekunden drin. Und ich werde versuchen damit eine Gin Tonic Flaschenhalterung zu machen. Das ist Wahnsinn. Ich weiß. Ich weiß. Und das Ganze bei 100 Grad. So ungefähr eine Minute. Und ihr denkt, ja, ja, ja. Ist klar, aber es funktioniert. Und dann geht es auch schon los. Und jetzt müsst ihr aufpassen, weil es geht richtig schnell. Hier. Schaltplatte raus. Lapprig, weich. Ah, noch nicht ganz. Braucht nur eine Sekunde. Gehen wir mal kurz auf 150 Grad hoch. Das ist für die Röste oben auch ganz wichtig. Und gut. Vielleicht damit. Ich könnte einfach auch ein Schluck Gin trinken. Das ist wundervoll. Ich zeige gerade extra nicht die Marke wegen Schleichwölkung. Ist aber ohne Tonic so schlimm, dass es einen kleinen Schluck Wein in der Ertrinkung ist. Das ist besser. Da kann ich es auch sagen, weil es ist jetzt Blanc de Noir. Fein und fruchtig. Klebron Güdlingen. Ich denke, das ist okay. Bei uns unterstütze ich jetzt kein Weltkonzern, sondern eine heimische Weinbau-Familie. Klassische Weinbau-Familie. Doppel Daumen. Jetzt probieren wir nochmal. Alles klar. Schafft gerade. Yeah, Picture-Disc. Achtung, zack, zack. Jetzt muss es schnell gehen. Einmal einwickeln, hinstellen, umbiegen. Und festhalten. Oh, Schnauze halten vielleicht. Und Ergebnis? Flasche fällt. Okay. Video mache ich nicht nur mal, aber ich mache das Produkt nachher besser. Also, ciao. Ciao. Ciao.